Frohe Weihnachten, Papa. Dir auch, mein Junge. Schatz, wie weit ist der Baum? Charlie, komm! Emma, kannst du mir bitte helfen? Charlie! Das kann doch keiner mehr essen. Charlie, ich muss es jetzt machen. Ist alles kaputt? Oh nein! Kinder, das ist doch alles nicht wichtig. Du bist du. 워-oah, oh-oh-oh ho-oh hoa-oh. Vielen Dank.